Moin Moin ihr Lieben! Es geht wieder zu einem kleinen Tutorial und diesmal soll es hier gehen um Syslog. Syslog ist eine RPG-Figur, das ist ein Ex-Mensch-Assassine, würde ich am ehesten sagen. Und den werden wir jetzt Schritt für Schritt bemalen. Ich habe mir jetzt schon mal ein paar Farben rausgesucht. Ihr wisst ja, ich male hauptsächlich mit Scale-Farben. Das ist jetzt aber nicht so, dass ihr jetzt losrennen müsst und euch die alle nachkaufen müsst. Ich erkläre euch kurz, in welche Richtung ich gegangen bin und dann könnt ihr praktisch eine ähnliche Farbe einfach in einer anderen Range nehmen. Also geht jetzt nicht los und fangt euch an irgendwie sonst was zu kaufen. Das fängt erstmal an für die Farben vom Unterton, also von dem Grün. Das sind jetzt zwei dunklere braungrüns und zwei hellere braungrüns. Und die Schuppen, die wir so ein bisschen haben, das ist halt das hellere Grün. Da ist halt nur, ich habe mich halt für diese braungrüns entschieden, die, ich sag mal, ein bisschen natürlicher wirken für so europäische Eidechsen, dass die halt ein bisschen dunkler sind. Ihr könnt auch hingehen und könnt halt wirklich sehr knallige Grüntöne nehmen. Das wäre jetzt das. Wenn ihr auf ein bisschen knalligere Farben steht, aber dann sieht eure Echse nachher ein bisschen aus wie so ein Iguana oder so ein Gecko, also mehr tropisch, während das mehr so ein bisschen, ja ich sag mal, nordeuropäischer wirken würde, weil es halt einfach gedecktere Farben sind. Das für die Haut. Dann habe ich ein Schwarz mit einem Blau-Grün, äh Blau-Grün, ähm Blau-Schwarz werde ich mischen und zwar wird das gehen an den Mantel. Ich will den schön dunkel machen, schön düster. Das heißt, der Mantel wird mit einer Mixtur davon grundiert und dann später mit diesem Blau ein bisschen mehr gehighlightet, aber immer noch so, dass es schwarz wirkt. Und um das so ein bisschen zu kontrasten, wird hier das untere, also die Klamotten, ähm, mit einem Grau-Schwarz, ähm, bemalt. Einfach, dass das nicht so wie aus einem Schnitt wirkt, dass es halt auch trotzdem dunkel wirkt, aber nicht, ähm, genau so wie das andere. Wenn ihr alles in einem Farbton haben wollt, dann könnt ihr das auch so machen. Sucht euch was aus, was euch besser gefällt. Das Graue-Schwarz, das Blaue-Schwarz, aber ich mache hier unterschiedliche Töne und dann sind die größten Bereiche schon mal gemalt und dann malen wir das jetzt erstmal alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Amin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und zwar für alle grauen und schwarzen Stellen nehme ich ein schwarzes Wash und für die grünen Stellen ein braun-grünes Wash. Also auch hier drauf achten, wenn ihr euch für diese braun-grünen Töne entschieden habt, dass ihr da auch den entsprechenden Wash-Ton für habt. Ist auch bekannt als Military Wash, also nicht so dieses knallgrüne, sondern mit braun. Ihr könnt das sonst auch mischen, wenn ihr nur ein grünes Shade habt, dann mischt grün mit ein bisschen braun, so in die Richtung Agrax, dann habt ihr das auch. So, das heißt, die Flächen sind jetzt soweit fertig. Ich werde jetzt gleich nochmal die ein oder andere Schuppe ein bisschen hervorheben, einfach nochmal highlighten, aber jetzt geht es hauptsächlich darum, der durch. Der wird jetzt in Metallfarben gemacht, das heißt, ich habe mir das Black Metal rausgesucht, dann für das erste Highlight das Thresh Metal und zum Schluss als Highlight-Ton ein Silber. Für die Krallen habe ich mir erst ein Arabic Shadow gesucht, also grundiert und dann das Highlight-Ton mit einem Tar-Brown oder mit einem knochenfarbenen, also helleren Braun, dann das Highlight und dann noch für die Tasche haben wir hier noch einfach ein schönes Braun, was dazu passt. Und ja, dann machen wir das erstmal. Man sieht schon hier in der Ecke, das ist gelb, weil die Augen sollen nachher schön strahlend gelb werden. Und ja, die müssen wir dann auch noch rein detaillieren und dann ist der Syslog danach auch schon fast fertig. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020